B1.5. Unter den Drachenfekken A, B, N, C, D, N gibt es das Drachenfek A0, B0, C0, D0, das die größtmögliche Streckenlänge A0, C0 besitzt. Bestimmen Sie rechnerisch die Länge der Strecke A0, C0 sowie die Koordinaten des Punktes B0. Also zwei Dinge machen, einmal die rechnerisch die Länge von A0, C0 bestimmen und zusätzlich die Koordinaten von Punkt B0. Okay, was wissen wir alles schon? Stichwort hier ist größtmögliche Streckenlänge. Das da. Anders übersetzt ist natürlich, ich kann mir vielleicht ein geschicktes Wort benutzen, Maximum, also die maximale Streckenlänge. Wer einen Taschenrechner zur Verfügung hat, dem würde ich einfach empfehlen, das Maximum des Taschenrechners zu berechnen, weil man sich einfach unheimlich viel Zeit spart. So, von was brauchen wir denn? Wir brauchen die A0, C0, davon das Maximum. Das Schöne ist, dass die A, N, C, N, die steht hier oben schon. Deswegen ist sie auch als Zwischenergebnis angegeben, weil man die nachfolgenden Aufgaben braucht. Ich schreibe sie mir jetzt nochmal auf. A, N, C, N, ist gleich minus 0,25x² plus 0,5x plus 6. Also, das kann man zum Kalkmaximum eingeben, dann kriegt man die Werte raus. Ich mache es so ohne Taschenrechner, da geht es eigentlich auch recht einfach, auch recht schön. Man muss dann daran denken, das Maximum oder Minimum entspricht immer dem Scheitelpunkt einer quadratischen Funktion. Ja, ich habe hier eine quadratische Funktion. Scheitelpunkt ist immer das Maximale oder das Minimale. Und deswegen können wir auch einen Scheitelpunkt berechnen. Können wir eine Formelsammlung nachschauen. Finden wir bei den Funktionen, quadratische Funktionen, da ist der Scheitelpunkt. Ja, das muss man einfach umsetzen. Folgendes ist wichtig, wir müssen herausfinden, was ist A, B und C. A ist immer der Faktor vorm x², B ist immer der Faktor vorm x und C ist immer die Zahl ohne x. Und jetzt gilt im Prinzip einfach, Scheitelpunkt ist. Hier fangen wir an, minus B, also minus B waren die 0,5. Bruchstrich, unten stehen 2A, also 2 mal minus 0,25. Dann kommt der große Strich, C ist 6, minus B², also 0,5². Na, komm wieder. So, 0,5² und geteilt durch 4 mal A waren minus 0,25. So, das lösen wir auf. 2 mal minus 0,25 sind minus 0,5. Minus 0,5 geteilt durch minus 0,5 ist 1. Und dann hier drüben noch 0,5 zum Quadrat sind 0,25. 4 mal minus 0,25 sind minus 1. Also steht da 6, ja, machen wir den Zwischenschritt vielleicht auch mit. 6 und oben 0,25 und unten steht minus 1. Hier diese beiden Minusse kann man verrechnen. Dann wird daraus ein Plus. 1 und 6 plus 0,25 durch 1. 0,25 durch 1 ist 0,25. Und damit erhalten wir hier gleich ein 6,25. Also haben wir einen Tmax von, ja, anders als Tmax ist gleich 6,25. Jetzt schmieren. Längeneinheiten für x gleich 1. Gut, die größtmögliche Strecke haben wir gefunden, die maximale Strecklänge. Und jetzt heißt es eine Koordinaten von Punkt B, also B0 für diesen Falle hier. Ja, wir schreiben mal so. So, man startet zuerst von dem allgemeinen Bn. Überlegt mal, wie sind die Koordinaten von Bn? Muss ich mal weiter hoch. Wir erinnern uns, Bn liegt einmal auf der Geraden. Ja, also hat es als y-Koordinate die Geradengleichung drin. Aber auch liegt um 2 höher als der Punkt C, 2 größer. Also ist die x-Koordinate immer um 2 größer. Also man kann den Punkt C nehmen, die x-Koordinate jeweils um 2 vergrößern. Und dann kriegt man den Punkt B raus. Nehme ich vielleicht noch den Cn mit dazu. So ein bisschen runter. Dann, na, drehen wir es nicht. Cn hat die Koordinate x und minus 0,5x plus 1 steht oben in 1,2. So, für Bn haben wir gesagt, die x-Koordinate vergrößert sich um 2. Also muss einmal hier ein x plus 2 stehen. Und zusätzlich auch hier in dem Bereich. So, und jetzt wissen wir natürlich, hier haben wir gerade ausgerechnet, es gibt die maximale Strecklänge für x gleich 1. Also setzen wir das noch 1, setzen wir das noch 1. So, für dieses x wird 1 eingesetzt und auch für dieses x wird 1 eingesetzt. So, und jetzt rechnest du noch aus. B0 hat also die Koordinaten 3 und hier haben wir 1 plus 2 sind 3, mal minus 0,5 sind minus 1,5 plus 1 sind minus 0,5. Jawohl, damit haben wir unseren Punkt B0. Damit ist die Aufgabe gelöst.